An der Stelle, der Bernhard Machen Sie sich bereit zum Angriff Oh wow, Alter, wenn ich... Oh Okay Darf ich da auch jemand grüße? Gern Ich hab ich nicht froh' Darf ich auch jemand grüße? Jaja Grüße so viel ich mir wolle Die Günther Stauch grüße Ich sag schon Bescheid, wenn ich mal live bin Oh, die Günther Stauch Ja, ich auch Immerhin, ich muss ich performen Bete ich uns in meinem Urlaub Ja, ich gucke, dass ich immer wieder alles Dann soweit, fertig Guck mal, Bernard, guck mal Guck mal, zwischen mich, Bernard Guck mal, zwischen mich Guck mal, zwischen mich Guck mal Geh mal, ich guck mal, komm Guck mal, komm Guck Error Du steht da, ne? Hahahaha Angriffschphase beginnt in 30 Sekunden Ich schwöre nicht einmal die Kälte Ich schwöre nicht einmal die Kälte Wie lässt du die Gesichtskäle? Ja Du siehst wirklich gut aus Für einen Mann in deinem Alter, Jack Das ganze Zeug, das sie in mich reingepumpt haben Muss ja für irgendwas gut sein Oh 5 4 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4 6 6 6 6 6 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 4 5 Aaaaaaahhhhhh Aaaaaaahhhhhh Kohlensee, wir sind fast nicht mehr Oder der Razzirr, der war eben bei uns Der hat ein paar umgehackt Ein bisschen Dämmen haben wir vorhin gewonnen, darf ich Ey, die ist auf der anderen Seite von der Wand, hat sie noch wiederbelebt, die Diva Na ja Aaaaaaahhh Alter, das ist doch ein schlechter Witz Du bist gerade durch mein Heel durchgedecht Ja, es passiert nur, dass der sich döschen beim Pack Wir sind okay, wir sind okay Bini? Haut mich um so oft, ihr Volk, ich steh immer wieder auf Dr. Borg, wie lang brauch ich noch mit dein Uldi? Oh Ich mach's jetzt gleich Ich mach's jetzt gleich Ich hab dich im WC Ach, so was? Was ist? Ach, das war die Falle wahrscheinlich Oh, Moin, der Punkt, jawohl Oh, der Opa soll sich doch mal nicht Ahnachtruf stellen, Hauptsache es geht langsamer Der Punkt gehört mir Eigentum von Roadhog Ich weiß nicht, warum er's innen nimmer, aber wir nimmer sind Hm? Oh, alter, Slapkisau, man Hier Wir haben gegen Dichs mal ganz cool hin, ne? Aaaaaaach Du, M Sekunde Dich, da, du, hast du noch, was ich aktiviert? Ahhhh, der Bannert Na, der Bannert Und da, der Bannert Er wird dann mit zum Mikrei Er wird dann nach so was planen ein auch wenn ich um so auf ihr wollt ich stehe immer wieder auf Ach, Risa, machst du grad, wenn ich das Schloffdart? Oh, Alter. Die hat sich so. Dann. Ja, hat sich die Pfeil schon wieder geflischt? Ey. Ja, was willst du denn machen, ey? Die dunkel so hart und aus. Alter. Wenn du rechts in die Gang gehst, das ist einfach nicht so. Oh, jetzt geht's den Fader zu der Falle hin. Hm, Uli? Jo, komm, der Junkrat. Alter, gar net. Uli, Uli. Alter, ist das ein Putze. Der hat 3500 und hat über 100 Stunden Gang geh. Der alte Mann hat immer noch ein paar Teile geklappt. Komm, so brutal abficken. Mhm. Ja, probiere sie mal, oder? Oh, hopp, ey. Ich hab dich im Visier. Oh, Gott sei. Oh, Gott sei. Oh, Gott sei. Ich hab dich steh, vermerkt. Oh, Gott sei. Ich hab dich im Visier. Oh Gott sei. Ich hab dich im Visier. Ich hab dich im Visier. Oh Gott sei. Ich hab dich im Visier. Oh Gott sei. Ich habe es nicht mehr gesehen. warum um ja also ja also man kann schon zarte geben in nur ein bisschen candy haut mich um so oft ihr wollt ich stehe immer wieder auf noch 60 sekunden die stunde hat geschlagen der hat es schon wieder ich bin auch nicht mehr der jüngste ich bin auch nicht mehr der jüngste noch 10 sekunden ja da macht es halt nicht denn hier geht halt nur uns auf die healer und wir wären halt dann protected ich fass es nicht immer noch mal so glopper zum schluss ja easy ja ich kann ich wahl 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 das ja deine Sieg haben uns ja absolut verdient ja deine Sieg haben auch einen Sieg auf jeden Fall Dino kann nix für seinen Bob hehehe ahhh Versage Versage ich hab keine Medaille und nicht irgendeine Bronze hehehe ja das war heute kurz mit Reboot ja danke mein Mund war kontinuierlich voll mit Scheiße wird schon einiges raus und gewattelt ne bin ich aufs Quasi ich nehm sofort wieder Genji uah meine Russkarten werden gewonnen oh ne ahja der ist der ist er ist unendlich kacke der Typ oh ne er hat 100 Stunden wie du alter er hat ranket 120 Stunden so ja er hat 800 Siege Season 2 400 Season 1 1400 normal der ist so typischer Russ ich nenn das so hart so leert hehehe er hat's auch da ja der hat 4 goldene Waffe wahrscheinlich nicht ich wache über dich ich wache über dich auch schon ne die kacken ganz jetzt mal ja ich wache mir vertraue und nicht bei der Haktasse Hartversage schade verstanden mhm das ist die richtig gute Genji stehen immer vor demnach mit ab schon ok ok fünff fünff vier drei vier zwei eins ich merke ihn oh so viel sind die gute Genji auf vier zurück vier 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 Ja, die gehen halt mit allem mal auf Enner. Ich saubere dich gesund, heute zwinge ich allein. Oh, ich fände hier. Der Wolf nimmt Fähre. Hin wieder auf den Beinen. Oh, sowieso, die brauch ich nämlich vor. Ah, unser Tracer. Unser Russ schmeißt gerade die Hexe an, hat er mal geschrieben. Hat er jetzt in WhatsApp geschrieben, oder? Ja. War geil, Bernhard hat immer genau in WhatsApp geschrieben, dass er gleich das so dir freimacht. Und du siehst nicht, und da hat er es echt gemacht. Oh. Ach, das war's, wenn er das ein paar Jahre verloren hat, jetzt quasi. Nia stirbt, Cut! Ja, ja, der hat ja in sich alle latscht gelöst. Ja. Hallo, der hat uns, der hat zwar nur im Mitteldrin belebt. Ja, ich meine, der war da nur so ein Eindachtswendung gerannt, einfach so. Ich werde ihn einfach so beziehen. Oh, ich hab's mal abgeschliffst, ich werde ich wollen. Oh, wieder hat meine Kopfgeschoss. Ey. Wie kann denn das Sinn, dass Danny ihr Zaya immer 100% hat? Das stimmt, Leute. Warte. Alle Regler auf Anschlag. Oh, riesiges Potenzial. Oh. 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 Éh, ja. Da waren ein paar. Ja, das ist keiner lasst dich, was nichts zu tun. BÖNNÖ! Ich bin scharf! Was gibt's denn nicht? Wo geht das hier? Wer auf geht! Feuer frei! Jetzt wird's massiv! Und Danny, ihr schießt wieder einfach mal so... Ohne dass er aufgehölfert... Oh, komm, Alter! Ich raste aus! Nice luck! Ohne... Ohne... Ach jo! Und die Rest noch! Highlight des Spiels! Y-Gilts! Du bist x2! Und dein Training! Ohneamento! Von Schrax! Die Freiheit des Spiels! Der Windentrum ist ein Ding! Fertig! Der Windentrum ist ein Ding! Der Windentrum ist ein Ding! Kompost! Nennatrum ist ein Ding! Kompost! Der Windentrum ist ein Ding! Unterwegs zu Route 66. Hör niemals auf, für eure Überzeugungen zu kämpfen. Kinova, Season 1, 78, Bennett. Und... ... 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 um zu gewinnen Ich finde es leid, brav Okay, Game Face on! Ah! Angreifer in 30 Sekunden erwartet Es gibt nichts, dass ich dich schon gesehen habe Arbeitet zusammen! Wir werden unsere Mission erfüllen 5 4 3 2 1 Angreifer näher Verteidigen Siebzielung 2 Oh, ich habe eine Fischung Ich habe eine Fischung Ich habe eine Fischung Ich habe eine Fischung Kein meine APS anzunehmen Kein auszusteigen Ach, komm! 3 1 Sie nehmen den Punkt Halt auf! Hmmmm Teilung platziert Der Zielpunkt wird angegriffen Ach ja, ich bin nur wieder während dem Schiff geplatzt Geil Geil, geil, geil Also, Any Eliminierung ist Gold Beste, ihr macht gerade das Play of the Game oder wie? Oh, komm! Was ist das? Zielpunkt verloren Der wird jetzt selber gemacht Halten Sie die Fracht auf! Lieber melden Sie zurück! Die Freilung platziert Hier kommt ihr nicht durch! Hier kommt ihr nicht durch! Gah! 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 Jooo, komm! Ach ja, du alte Bastion. I have to go. I will take a look. I will take a look. I will take a look. Ajo, ich geh in die Scheideform und sterb wieder trotzdem. Ey, das kann's doch nicht Sinn, dass ich so Lacks hab. Die Fracht nähert sich ihrem Ziel. Sie haben einen Teleporter. Lokalisiert und zerstört ihn. Niederlage. Ey, ich brauch echt bald ein Nae-Tastat, du, das kann's netz sein. Diese Ingabe-Lacks, das ist zum Kotze. Ich glaub, ich glaub ein anderer auftritt. Alter, er hat viermal mehr wie Gold. Und hat das net Ermo gestorbt. Ha, 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 ha. Bastion, ist dat Ermo gestorbt. Und die anderen hat einfach Lötkolber ans Auto gelegt. Und dann... Ab. Also, zwei Kills war trotzdem. Wenn ich das richtig verstanden hab, fand fünf Gold. Ja. Ja. Das ist für... Ja. Also, Bennett. Das ist klasse. Danke. An kommt beim Lijiang Tower. Wählen sie ihren Helden. Das sind mir die besten Bastionen der Zeiten. Jawoll. Du Afraid. Du Eugenius. Ich hoffe, das ist nicht ein richtiger Name. Äh, Eugen? Bist du's? Hallo? Eugen? Hallo? Puh, der ist ein Deutscher. Guck mal hier, dass es ein Deutscher ist. Alles klar. Na klar, und bei dir? Oh, alles super. Ja, das ist aber schön. Ah, jetzt lässt man das Rad mal richtig auf die Schildfahrer. Falt gesichtet. Was? Wie geht'n das? Ey, ich hab hier da schon halb... Ich bin doch nicht auf dem Punkt und hab nur noch halbes Leben. Ich bin doch nicht auf dem Punkt. Wie geht'n das? Du bist da schon her. Ey, du bist da schon. Dass du siehst. Du bist da schon ein Fahrrad da schon? Holla am ließ. Dann an. Steig. Oh ja, das ist doch ge-, Ja, der Mr.Dev kackt mir ins Maul. Na so Geschmack, verrückt Geschmack. Ah, Snoopy. Nein. Snoopy. Ja. Oh, du kriegst ihn nicht leu, du brauchst du auch nicht. Ach Gott, unser Mc... Krieg... Der Eugenius krieg dich dem, der McQueen hat da wohl geschossen. Oh! Äh, Eugenius. So, Janik hat mich immer gekehrt. Ja! Was redet man denn über mich? Ich hab's zwar nicht verstanden, aber... Was sollen wir machen? Bei den Dialekten. Wollt's dich kennenzulernen? Was ist das? Warum hat er einfach den meisten netten Stimmen, der Typ irgendwie? Au. Der Turm. Der Eugenius hat grad die Trotzer gestunnt und dann zwei immer wieder nervös geschossen und dann hat sie eh geklickt. Ja, weiss was ich meine. Er trefft stehende Ziele. Ich hab's nicht verloren. Ich hab's nicht verloren. Wir haben das geschehen. Ich hab's nicht verloren. Ich hab's nicht verloren. Ich hab's nicht verloren. Ich hab's nicht verloren. Er ist nicht verloren. Eugenius. Dieser Mr. Deathfeastet mich. Ach. Keine gute Verliererin! Was ist das gleich, du bist du? Ohhhhhhhhhh Ich bin schon da Das wird alles in der Kunstgebetreiber gelatzen, aber Ohhhhhhh Ohhhh Ich bin schon da Das wird alles in der Kunstgebetreiber gelatzen, aber Weitereinfach zu jung, um zu sterben Feindliches Geschütz voraus Ohhhhhhh Ah, mein Arschleiter kommt. Der Mr. Dave hat mal so einen Arschleuch auf meinen Mund gepresst. Ja, das war schon mal ganz gut. Bleibt mal am Ball, dann verlieren wir den nächsten Rundar. Mein Limmer. Also das ist eigentlich auch unser Ziel, danke. Jupp, ah ja, machen wir doch noch was. Ah ja, das, danke. Glam, hauptsache auf die Erfahrung, Bruce. Jetzt wird getrunken. Tschüss, love. The camera is here. Noch als Glami-Mand-Info. Die Cyber-Wee geht nur noch weiter. Okay, danke. Ich werde bald mein Geld bei Amazon verpassen. Das ist lediglich. Meins ist schon bald. Ich hatte beide schon Bock, usch. Oh, der ist geheilt. Benst du dir? Lade ich auf. Lade ich auf, Benner. Lade ich so, Benner. Lade ich so, Benner dir. Lade ich so, ich mach. Oh nein, der beschützt sich wie ein Stier. Jawohl, Benner. Ey, ich weiß nicht, wie es wieder der Torpien geschafft hat, weil wir uns wieder dorthin sind, die Tormuf zu bauen. Oh, Benner. Ja, ich müsste rüberspringen. Oh, das ist ein Neukupst. Ah, das ist ein Neukupst. Oh, ich muss nicht nur die Tormufs-Länder. Achtung. Oh, das ist ein Neukupst. Was ist? Oh nein, nur die Gäste Oh, kommt das Hä? Achso Oh, ich renne alle an ihn Das ist mir auch nett Ja, da ist ein Turret Oh Was, da steht ein Turret Achso, das steht doch Ah Ich würde die Bomben, das halt nämlich so schnell um die Gas passt Okay Hinter dir Feindlich ist geschützt Ich räume hier Ach ja Da muss stehen Das geschützt wird da Oh Der fascisten ist Herr Yannick, ey Herr Yannick, ey Herr Yannick Ich hab' keine schöne Moore-Bert Das schmeißt nicht viel länger mit Genauso wie der Youth-Red Und der Okinizer Achso Ich bin sofort wieder da Fack, ich hieke Scheiße Ich hab' mich Achso Ich hab' mich Achso Ich hab' mich Achso Ich hab' mich 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 Wow Nicht für mich Wesley Lass uns mal einen Zahn zulegen! Boah, Neugel, ne? Da hat er's mir wieder gefallen. Dein Schutzengel ist da. Boah, hopp, ey. Neugel, sehr gut. Wir brauchen noch ein Fettzeug. Ach komm, der baut einfach so... Das Geschütz ist da zwischendrin und so. Runde 2 gewonnen. Was? Der Lothar hat drauf gestanden. Ja, Leute, da sind die Hex, sag ich mal. Boah, sehr gut. Die Hins sind drauf. Da sind die Hex, gäh? Jo, vor allem der Lothar steht drauf, trägt E. Und der Topian... Hä? Keine Ahnung. Die Erstrundhahn sind so unterschiedlich gefahren. Fünf. Vier. Drei. 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 Auf Runde. Drei. 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 J'si cancelled. Novus. Ab forte. Wo ist das Turret? Wo ist es? Meine Diener, sterbe nicht! Oh, die haben zwei, wo sich der Humbo aber die riesen schütteln. Die Diener, sterbe nicht! Die Diener, sterbe nicht! Die Diener, sterbe nicht! Hups! Oh! Oh mein Gott, das ist ja verrückt, aber das ist ja auch nicht. Wenn der Kultan rum ist, wärst du nicht tot. Feindliches Geschütz voraus! Okay, das Geschütz ist noch ein Punkt! Okay! Oh! Die Diener, sterbe nicht! Ja! Ich dachte eigentlich nur belebt, wenn das Geschütz tot ist! Tut es nicht tot! Das habe ich auch gemerkt! Die Stunde hat... Wie neu geboren! Mein Heilzauber liegt auf! Ja, die Steuer hat mich an Dorn gewandt. Ich bekackert. Das war dann... Ja, was soll ich denn da mache? Ich komme nicht an das Tirid dran! Das Garst gestohlt aber... Ach, ein Gag war! Ja! Wohin ist das Tirid, ey? Gummobies auf mich gearscht! Jo, ich schieße! Ich hab's! Ich gucke's jetzt nimm! Mach da mal einen Korre! Das fick ich schreien! Hilfe! Alter! Das kann man nicht... Ja... Ich weiss mal nicht, warum ich gedeckt war, weil ich war am anderen End von der Kart, aber... Wie das Scheiss-Tor für den Turbo-Tor... Hm... Da steht ein Guck-Bart-Suchts-Schwein! Was ist das bei der HUD? Ich bin iterations von einem Einra해도. Ich kann ja auch Sheiss-Tor für den gesfranchfen. Wirzüge mein E pegar! Wirzügeine! Die Gehege cultivate... Wirzüge das Anyway, ich habe manage eingef regard. Devinio aus! Mein이가 immer wieder da ges coloring. Aaaaaraaraaraaraaran perfekt! Jetzt nicht vermelde att... das pack. Hi-Frau! Ich zauberte dich gesünd. Ich bin hoogert. Ich bin hoogert. Du solltest nicht jedes Mal kämpfen bis dahin. Ich werde gehackt, boah, Hilfe. Nein, Hilfe. Ich sollte nicht mehr flogen. Ich bin hoogert. 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 Ich raufe Hilfe. Ich zauberte dich gesünd. Jetzt wird's massiv. Wow. Ohohohoh, der Bennett! Der neue Bestleistungen und Damage sind glaube ich mit dem Brichler. Ja, ist es. Da ist ein Keul. Ankunft in Ilios. Wählen Sie Ihren Helden. Oh, ne! Eugenius und Euphrates sind bei denen. Ich hoffe, der Snoopy und der Danny-Dude sind so gut wie der Euphrates. Oh! Snoopy ist schon mal ganz okay. Achso, das war der von Elbe. Die Drahtze von Elbe. Heute sind wir alle Soldaten. Encore? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Runde eins. Nehmen Sie den Zielpunkt ein. Ich hab den Feind gesichtet. Mit dem... Puloppis Defenski. Oh, Euphrates hat mich. Boah, diese Vierfacher, du Kartblaster. Nee! Auf, mich ums auf, ihr Freund, ich steh immer wieder auf. Aber am Schluss hatte Papa dann das Spiel entstanden. Jawohl, sehr gut. Wir müssen den Zielpunkt verzeigen. Taktische Notwendigkeit. Der Zielpunkt wird angegriffen. Halt mich hin auf die Pelle! Oh! Halt mich hin auf die Pelle! Oh! Wir müssen sie aufhalten! Hicke hoch an der Banzfelder! Hicke hoch an der Banzfelder! Oh! Hicke hoch an der Banzfelder! Hicke hoch an der Banzfelder! Ja, aber der trifft nichts im Stehen. Wie der? Saojenus hat es heilt! Ja, der hat gerade den brutalsten Hicke hoch an der Generation gemacht. Mach schon! hm müssen wir uns helfen, du gehst da ja, ich geh jetzt nimm so, steht keiner mehr drauf oh ne, der renke da ist hier da ist hier da hat einfach hier mal aua aua sneaky, you flick oh na, hier ist der Papa Patrick oh, da kommt er der ist so kacke der Fenstchen ist so dreck stirb komm ups so war ja gar keiner mehr ja, ich hab nur unter mir Sie ist gerannt. Du flippst! Das ist nicht relevant, Chef. Der Neuerzahler ist ganz okay. Oh! Ah, Jo, weil mal Lava hat so viel Spaß gemacht. Fick dich, Eugenius. Ah, Hork, ey. Kannst nicht sein. Er hat mich von so weit weg. Ich weiß nicht, die Zaya ist schon wieder aufgeladen. Oh, ne Ende. Scheiß, Eugenius, oder? Ja. Hallo, der Super. Da heißt Fidak. Ausruhen kann ich, wenn ich tot will. Feinkontakt am Telekont. Verstarkt unsere Verteidigung. Oh, da kommt die Zaya, bitte der Bock. Wir haben sie. Erste Runde gewonnen. Der Punkt ist, Oh-oh-oh. Ja, Eugenius unter dem Eufel, ey. Vist in der Kau. Ja. 1. Runde 2. Nehmen Sie den Zielpunkt ein. Kampieren! Lasst euch stabilisieren! Kampieren! 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 Ne! Die eif' nicht hin! Uuuuh! Ich werd' mal langsam in der Kampenschoss in der Mitte weil's... Während der Danny Dude obersteht und nichts trifft. Ja 3-Klasse! Der Danny Dude steht ober und macht nichts! Das ist nix! Danny Dude! Schießt das mal! Schießt das mal! Schieß! Verstehe ich da, was du schießt mit? Ja, und? Eugenius ist Winston, Alter. August 2, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 1. Auf, ab! Der alte Mann hat immer noch ein paar Tricks auf Lager! Was war das? Ja! Fenster! Alter, beinahe Fenster, ne? Der Sonne! Der Danny Gildeson, endlich cool OP! Oh! Alter, mach da einfach der Affa! Mach da der real Affa! Boah, drück mal hin! Au! Ohohoho! You're flit! Oh, der Rens! Oh, den Idiot! Haben wir keinen hier? Oh doch! Oh! Oh! Oh, noch was! Oh! Oh! Das ist alles, was ich sah! Oh, oh! 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 Bestoll kill! Ah, Jufried! Ah, Jufried! Ah, Jufried garst nicht in! Oh, der Diö! Und unser Wido ist so nutzlos, einfach! Aber sie brennt! Ja Runde 2 verloren Peter, die Uflit Nice Vito Nice mit S geschnitten Runde 3 Nehmen Sie den Zielpunkt ein Fühle mich geehrt, Meister Duh Kompeon, lasst euch stabilisieren Oho Ja, hm War wieder Berge im Schiff Ja, sie haben 3 Ja Da muss ich jetzt halt einfach mal abwarten, glaub ich Abwarten? Wo geht das Spiel? Ich begrüße Mann, ich hab doch mit Du Alter, die Uflit Ah ja, die Uflit Das ist schon immer auch In der Eugenis Ey, die Renne durch Rape-Train-Runden Um... Doch pay to win Neue Bende Das ist alles nur, weil der Puffer entsorgt Das Leider macht das überhaupt Kein Spaß Das ist nur Neue Bende Neue Bende Der Wart Der Wart Der Uflit Flap da einfach alles noch Scheint die Sau rauszulassen Oh, er wechselt jetzt auf Chunk Ach, jeder spielt da Chunk Red Alter, Danny Dude Der Mann mit Danny Dude Guck mal hinter dich Oh, Alter, was? Ja, ich... Der hat immer geblendet Schild Ja, komm mal, der Nidude lacht weg Ja, ich hab ihn nicht geblendet Nein, nein Der Nidude, das ist ein guter Mann Jufred Haha Jufred Jufred Abworter Jufred 16% Geheilt Alle Er ist schon Echt Der Wahnsinn Blutbox goggles Vom Willkommen In Hollywood Was Immer noch geht Jufred Oh, okay Die D Die D Wow Hallo? Hallo. DennyDude ist ein guter Mann, übrigens. Nein, DennyDude hat gerade K.S., du wärst ein guter Mann. Den... I don't care in Quickmatch. Ach so, ja. I use Quickmatch to practice. Ah, ja. Kannst du machen? Sehr gut. Das ist doch wohl deine Arsch, ne, oder? Ja. Ey, nur weil er angesprochen wurde, ist das Quickmatch, das interessiert mich nicht. Ähm, hallo? Er hat gesagt, das ist Quickmatch, wenn er will üben. Okay. Alle Systeme okay. Bereit für den Kampfeinsatz. Er weiß, dass er cool ist. Bedeutet das? Verschließt euren Geist vor der Möglichkeit einer Niederlage. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Mal jetzt in die Kopfschüße. Ah. Ah. Raftoraanzug wieder einsatzbereit. Jetzt haben sie den Snoopy. Da hört mir den Pitman-Gridor. Snoopies. Was? Was? Hä? Äh, okay. Was? Hm? Ja, ich bin irgendwie, äh, glaub ich, hat er morgen aus Versehen. Ja, der Kopf, äh. Aber jetzt haben sie alle Gute, ey, das ist so Yannick und Snoopy und Newfret und Boygame und Mama und einfach den Pitman-Gridor. Was? Da kommt es noch bei uns. Was? Oh, ne. Bin das ich? Ja, ne. Dann haben wir verloren. Das passiert mir nicht nochmal. Unter anderem Platz 2. Oh, Newfret. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Das passiert mir nicht. Hey, jetzt kannst du doch nicht so viel wieder in Gefrohr und keiner sterbt. Da ist keiner in Gefrohr und der ist gestorben. Oh, jetzt wird's schmerzen. Zurück auf Patrouille. Kann ich bestell dich? Das war der Reiner. Ja, und was war denn immer mit dem Gen... äh, mit dem Genji, mit dem Hanso? Boah, niemand. In Gefrohr sind St... Oh, Alter. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Ja. Oh. Oh. Oh, ne. Oh. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Was ist es denn? Weil der Krach in der Lache und darin steht. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh. Oh, ne. Oh, ne. Ja, ne. Ja, ich glaube, die werden vorher indisch essen. Oh. Noobie hackt. Wir haben das Noobie verloren, da wird der Pitman gerät. Wir haben schon das Maul gerät. Pitman! Wer ist denn gewünscht? Zip! Zip! Noobie! Ja, für was wollen die da unbedingt die Healer spielen? Wir sterben doch auch ohne ihn. Wolf, geh in den Fettsack! Oh nein, nein, nein! Ah! Vikenius! Oh! Weiß ich nur vom Hände weg! Nervt sie noch aufs Held? Nervt sie noch aufs Held, das ist so gut. Ich hab's gerade vergeschnitten, aber so ist gut. Goodman rennt so ab, aber ich einfach auf der Reinhardtruf. So lang, bis er um die Fressen klappt. Nervt sie noch! Was? Niederlage! Doppelkill! Doppelkill! Ja, danke, das war schon die Meisterleistung. Lalalalalalalala! Wir sind noch keller! Oh, Fred! Und Snoopy, 4 Gold Medaille. 4! Das ist so ziemlich, wie der gewaltige Serie jetzt. Ja. Ja. Naja, vor allem... Aber wir haben ja beide interessiert, dass es Kriegmatch ist. Vor allem haben wir denen, die laut NNR wohl am stärksten ist, weg genommen gekriegt und die haben gekriegt. Oh, jetzt kriegt aber wieder die Jufrit. Komm, Jufrit! Oh, jetzt ist schon wieder der Scheiss-Denny. Jetzt rast gleich aus. Guck doch! Hiiii! Uff! Как nicht? Ansatzphase beginnt in 30 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, Angriff beginnt. Geben Sie Zielpunkt A ein. 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 Widrigkeiten geben uns Anstoß zur Veränderung Alter, die verfickte Lötkolbe Pfff Fuck, 5 Gegner mit dem EMP getroffen Lötkolbe Oh, okay Lötkolbe Oh, okay Fliegt ein Jufrid seit bald durch mich Alter, warte mal Jufrid Ich nehme den Zielpunkt ein Will sich jemand anschliessen? Ich reiss mir das Ziel unter den Nacken Halt er mich nicht Hallo Der Pitman Du nicht? Du auch nicht, ja Aber der Pitman läuft fort Wo? Oh, du rufst Só chance créer Hört ej Oh, Eugenius! Oh, das ist die Zeit, ich bin der Ball. Übermut ist ein schwacher Schild. Die Fracht wurde aufgeholt. Bringt sie wieder in Bewegung. Ich habe dich in die Zier. Das ist ein Wunscher, das ist ein Teleporter. Wie? Ich weiß ja, wo der nie ein Teleporter ist. Ich weiß ja, wo der nie ein Teleporter ist. Schlebt sie in Ruhe? Das ist ein Wunscher! Wir müssen sie besuchen! Wir müssen sie besuchen! Oh you Fred! Heute sind wir alle Soldaten! Alle hier kommen rein! Hört ihr sicher! Abmarsch! Schmerzlos! You Fred hat mich einen neuen Moll gesetzt! Und da trägst du auf Lager! Und bleib nicht viel Zeit! Nanoboost initiiert! Ich mach alles platt! Im Knast steht der Teleporter! Water fucking waste! Ah, ja ja! Ich hab gerade flackiert! Aber er schießt einfach gerade! Niederlage! Eugenius! Das ist wie ein Schwein! Eugenia! Boah ey! Ich hab mich reflektiert! Aber alles wird sein Mast! Ich hab dich im Visiert! Erdmast! Und Anschlag der Raketen! Hm? 2-5! Mit dem IMP getroffen! Eugenia! Eugenia! Schön, dass meine Arbeit geschätzt wird! Schön, dass meine Arbeit geschätzt wird! Ich hab einen kleinen Erkenntnis gewonnen! Ich bin jetzt in diesem Fall in diesem Fall! Ich hab einen kleinen Erkenntnis gewonnen! Und ich hab einen sehr gut gesehen! Und ich hab einen sehr gut gefunden! Denn ich hab das nicht in diesem Fall... 2. 1. 2. 3. 6. 9. 10. 11. 11. 11. 12. Ankunft in Dorado Quälen Sie Ihren Helden Ach komm, schon wieder ist Heute sind wir alle Soldaten Angreifer in 30 Sekunden erwartet Ich genieße diese seltsamen schönen Momente der Ruhe vor sich So habe ich mir das vorgestellt Fünf, vier, drei, zwei, eins Angreifer nähern sich Sie haben dort ein Geschiss Halten Sie die Fracht auf Werden Sie da tot werden? Jo, haben Sie, da steht schon noch ein Auto Ah jo, der Nia Torbjörn hat Am Startpunkt Das Grubbelt stehen Was, der hat mit der Kopfschluss Nee, weil ich hänge geblübt bin Fuck Eischen, bin ich an der Eck hängen Ich bin auch nicht mehr der Jüngste Feindliches Geschütz voraus Ich bin auch nicht mehr der Jüngste Oh Ich bin auch nicht mehr der Jüngste Ich bin auch nicht mehr der Jüngste Achso, mir wolle ich ohne Healer-Spiele. Oh, dann über Turrets. Das ist nicht. Alter, Fahrt. Fahrt vom Auto-Molden-Covertinger. Ja, ich muss ihn nur machen. Alles, was Turrets. Haut sie nicht auf. Ja, also, die Güter ist doch schon extrem useful. Oder an. Ach, komm. Bumm. Bumm. Amino hat mich Arsch in Zwärmung gemeläht. Bumm. 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 Ja, unser Video steht da fast am start. Bumm. So, der. Was ist da drin? Was ist denn da hier, ey? Noch ist die Mission nicht vorbei. Warte, ruck. Alter! Alter! Und so ist die Feindgeschützgesicht. Alter, das kann der Zimt. Ich hasse es so sehr. Er steht auf der Truff und man kann es töten. Er hat es repariert. Er steht auf der Truff und repariert es. Highlight des Spiels. Boah, das fand ich einfach so geil. Nur verzweifelt versuche ich es zu lassen, das bringt nichts. Guck, er hämmert einfach nur. Oh, schieß ich drauf hin. Er hämmert einfach nur. Oh, Alter. Episch. Eisenhaut. Eines. Bittes. Guck. Eines. Eines. Ein kleines Wettbewerbs. Ich gehe nach. Diret her. Was meint er damit? Weiß nicht. Weiß nicht. Weiß nicht. Oder OHA Productions. Oder Brotwurst-Ink. Oder... Rotwurst-Ink. Nichts für Schäume. Nein, du weißt nicht, was ich da schaue. Ja. Ich hoffe, das kennen wir, wo sie passt. Ja, jetzt guck ich auf. Der wahre Teil des Menschen ist das Chaos. Da hat Cola in meine Maus gekippt. Maus mit TH oder? Maus mit TH. Das... Seh ich jetzt nicht. In der Mund? Du hast gesagt, hast du Cola in... Nein, in die Maus. Nein, in die Maus. Was passiert? Oh, nein. Lang... Ah, was ist denn? Dies wäre ein perfekter Ort für ein Wishcar-Projekt. Hört niemals auf für eure Überzeugungen zu kämpfen. ...5, vier, collaborators! 3, 2, 1, Angriff beginnt. Oh. Ich verswarte. Entquartieren Sie die Kraft zu Ihrem Ziel. Wir müssen Sie beschützen. Ich hab ein Auge. Let's make that. Freitliches Geschütz, woraus? Ah, der Hinner ist. Ich muss die Katzen in die Bars. Du Taubler und Schädchen hinter draußen repariert. Alter, was kennt ich denn? Also für das, dass mal Widow hand steht, das Geschütz, verdammt lang. Der Ruhestand war sowieso nichts für mich. Wir müssen uns beeilen. Kenchi! Nehm schön deine Medizin. Macht euch auf einen Gewalt! Oh, ich... Jetzt haben sie Bösschen. Komm, sie sind mit von euch und auch. Nur ein Kratzer. Nichts nichts bedrohlich. Nein, das ist geschützt, ausgeschüttet. Nein, das ist geschützt, vorab. Nein, das ist geschützt, vorab. Ich bin noch nicht bereit, das hier aufzugehen. Niemandem kommt der Jäger hin. Oh, das ist ja noch so viel. Ach komm, das kann doch nicht sein, dass du ohne der... ... den Roadhog und so Probleme machst. Oh. Oh. Der Ruhestand war sowieso. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das wird eh. Ich steh dir in der Pfüste, weil du nicht mehr findest, wer blöd ist. Ja, die stehen einfach. Ja, ich versteh's ja nicht wirklich. Also, er regt sich auf, er will prosen, aber die Bestien leben. Die. Ich dachte also nicht. Ich hab ein Auto. Ich hab' alle gehalten. Ich weiß. Oh, nicht? Oh, ich hab' erstmal den Ball nicht gemacht. Ich hab' noch die Besten holen. Oh, ich hab' den da. Ich hab' den schwarzen. Oh, ich hab' den da nicht. Ich hab' denального. Oh, ich hab' den Platz. Leistung zerstört! Greif an! Feindliches Geschütz, Urhaus! Die Bracht hat den Chefkolln erreicht. Josch! Feindliches Geschütz vernichtet! Au, au, au! Feindliches Geschütz voraus! Hm? Hä, ich könnte jetzt nicht zurück, wie ich das Liede befinde! Abblaster holt ihn! Der ist so weit weg! Was ist denn? Woher ist denn? Woher ist denn? Ich hab dich im Visier! 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 Wie neu geboren! Ich hab dich im Visier! 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 Oh, deine Scheiß! Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich bin wieder angegangen. Ich fliege dich wieder zusammen. Was ist denn da? Verweg die Fracht weiter, schnell! Verweg die Fracht weiter, schnell! Verklusst er! Mein Heilzauber liegt auf! Elimitiert! Lass da dann so! Was ist denn da? Oh! 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 Mensch, jetzt geht der Brichler, der gebufft ist, oder? Oh! Ja gut, geht der Turbente! Wir müssen auch... Der hat dem Leer noch nix getroffen! Die Dichtung wiederkommt... Kurzwechstung... Verrennungsmittel... Wir haben noch Geld gemacht... Hallo! Wie steht's? Ich hab dich im Visier! Ah! Grüße! Beschlossen aus! Achso! Noch 30 Sekunden! Die Zeit wird knapp! Reiß an! Oh! Feuer frei! Oh! Verrechter, Mädchen! Der hat so hart geheilt! Oh! Ey! Samu, wie oft halten die das! Lass mich durch! Ich bin ab! Niederlage! Niederlage! Ja, das haben wir jetzt aus und zwei Mal verloren! Ja! Weil wir ja nur pro Player immer haben! Ja! Ey, ich weiß nicht, wie mit Rapido... ...ohne Bestien so lang stehen konnte! Und jetzt... Hoffentlich sieht man noch, was jetzt passiert! Das ist witzig! Ja! 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 Oh... ... ... ... ... ... ... Was ist denn so raus? Boah, ich denke, was geht's? Halbends, so. Halbends gibt man doch noch Gewinne, oder? Ich hab schon halte 4 getrickt. War a win im Herzen, weißt du? Hm, steh ich nicht mehr. Ah, der goldene Kolbe! Der KOREA! Der KOREA da, ne? Ah, der goldene... Äh... Nein, nein... Goldene... Goldene... Ähm... Ja, wie nennt man das? Das war Brechstangen, ja. Goldene Brechstangen. ... 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 Ich habe einen Finger dabei! Ich zauber dich gesund! Wer zieb ist, ist er zu? Wer zieb ist, ist er zu? Erhört sich unter Stücke! Erhört sich unter Stücke! Schlau! Ich kettel dich wieder! Ich kettel dich wieder! Erhört sich unter Stücke! Erhört sich unter Stücke! Erhört sich unter Stücke! Ich werde dich unter dabei! Ich werde dich unter dabei! Haltet ihr mir vom Leid bild! представляm uns so übertrieben! Ich mein Diener, sterbe nicht! Ich wollte dich aber jetzt nicht tun! Ich war ihre Nachuu cloth! ceria! Ah ist es mit ihr denn? erp Fanasmus Mir stirbt keiner weg! Dr. Mercy wieder im Einsatz! Und noch mal! Du solltest nicht wieder mal kämpfen, bis der Arzt kommt! Wie bei dir? Ich bin ein Mist. Mist. Wie bei dir so oft ist es, dass die aus Schwerungen sind nicht verlebt. Ich bin nicht vor Das fliegt! Ah, es ist auch der Wichter. Ah, es ist auch der Wichter. Ah, es ist auch der Wichter. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.